Was mir besonders gefällt ist, die Arbeit ist sehr vielseitig. Man kann sich verschiedene Abteilungen aussuchen, in denen man gehen möchte und da gibt es eben auch die verschiedensten Sachen. Man macht nie das Gleiche, wenn man das nicht möchte. Das waren auch geheimer Missionen zur Gestaltung der neuen Website der FS AG. Ich war zuständig für das Layout und zwar habe ich zum Beispiel die Benutzerfreundlichkeit verbessert und dafür musste ich den Code, der hinter der Webseite steckt, anpassen. Ich habe dafür gesorgt, dass die Daten, wenn sie vom Kunden eingegeben werden, wenn er sich anmeldet oder ein Konto anlegt, dann die Daten auf der richtigen Position der Datenbank liegen, sodass später dann der Zugriff auf die Daten einfacher erfolgen kann und dass wir auch immer wissen, wo die Daten sind, wenn wir sie brauchen. Wir beschäftigen uns auch mit den Banksystemen oder mit Versicherungen und Mobilitätsdiensten. Dazu kommt natürlich auch noch die interne Sicherheit, die bei uns über Chipkarten läuft, dass man dann durch die Drehkreuze kommt oder auch durch Türen und alle möglichen Sicherheitsschranken. Außerdem verwalten wir auch die Hardware zu der Software, das heißt Handys, Smartphones oder auch Laptops und PCs werden hier verwaltet und gewartet. Das heißt Handys, Smartphones, 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 Smartphones.